Moin moin und hallo, hier ist wieder iFale22 und ja, heute sind zwei tolle Sachen passiert. Eigentlich ist die eine tolle Sache gestern passiert und die andere tolle Sache heute. Und die tolle Sache, die heute passiert ist, seht ihr gerade. Ich habe mir einfach mal Premium, Premium für Battlefield 3 geholt. Das heißt, ich kann jetzt Close Quarter spielen, habe verschiedene Waffentarnungen, das finde ich jetzt nicht so awesome. Es gibt aber Assignments neue und vor allen Dingen, ich kann Close Quarter spielen. Das ist richtig geil, vor allen Dingen, wenn ich Videos mit Mirko von TCA machen will, dann kann ich jetzt alles mit dem spielen, weil der hat glaube ich auch Premium. Ja, eigentlich ziemlich sicher. Und hier seht ihr gerade einen kleinen Zusammenschnitt von meinem ersten Match in Close Quarters. Eigentlich, das ist so geil hier gerade. Eigentlich wollte ich ein Live-Kommentary daraus machen, allerdings hat meine Aufnahmedatei für das Sprachteil abgespackt und deswegen hat das nicht funktioniert. Deswegen mache ich das jetzt so, ist aber wahrscheinlich auch für euch okay. Und die andere tolle Sache, die gestern schon passiert ist, zu der ich gestern nur leider keine Zeit hatte, ich habe 100 Abonnenten. Yeah! Im Ernst, finde ich richtig cool. Also, ähm... Ziemlich cool, dass ihr mich abonniert habt. Ähm, anscheinend mache ich ja doch irgendwas richtig, wenn auch vieles falsch. Ähm... Ich bin echt dankbar dafür, dass Leute sich sowas echt reinziehen wollen und... Ich hoffe, ihr guckt mir noch weiter zu. Vielen Dank, echt. Macht mich schon glücklich. Ja. Äh... Vor allen Dingen vor den Ferien, dass das noch passiert ist, freut mich ganz besonders, weil dann kann ich jetzt auch echt... Wenn ihr irgendwas sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, wirklich. Ich versuche mein Bestes, um euch alles zu... Alles zu geben. Oh yeah. Eine fliegende Waffe. Alles zu geben, das klingt so falsch. Nein, um irgendwie... Falls ihr irgendein Video, irgendeine Art von Video sehen wollt, schreibt rein. Ich hab nur eine Bitte, bitte schreibt nicht rein, dass ihr eine Montage sehen wollt. Das kriege ich nicht hin. Das würde für euch nicht... Das... Wenn ihr das sehen wollt, es gibt so viele tolle Montagen außerhalb von dieser Welt. Äh, außerhalb von meinem Kanal. Außerhalb dieser Welt. Ähm... Und echt, da wollt ihr nicht meinen Rand sehen. Wirklich nicht. Also, das Video die Einzige bitte sonst. Echt, schreibt irgendwas rein, was ihr sehen wollt. Schreibt mir Custom Classes für irgendwelche Matches bei Call of Duty oder Battlefield rein. Ich versuche alles zu bringen. Ich versuche jeden Tag in den Ferien ein Video zu bringen. Also ab Samstag quasi. Ich lade heute wahrscheinlich noch ein Video hoch. Dieses 26 Minuten Video. Mal sehen, das ist echt 2,3 Gigabyte groß oder so. Und hier seht ihr den Endscore. Und wirklich nochmal herzlich Dankeschön an alle, die mich abonniert haben. Und so fleißig Daumen hoch geben, kommentieren und sowas. Deswegen macht es eigentlich so Bock, hier Videos zu machen. Natürlich spiele ich auch gerne und rede dann mir meine Meinung von der Seele. Aber echt, freut mich, dass euch mein Kanal gefällt. Und ich hoffe, ihr bleibt noch länger dabei. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.